Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde und herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, der Uptober hat gestartet. Ihr seht, wir sind schon bei 100.000 angekommen. Ne, Spaß. Wir sind bei 61.400 US-Solar. Momentan bei Bitcoin in der Spitze sind wir sogar auf 60.126 US-Solar gefallen. Natürlich hat es einerseits mit dem Nahost-Konflikt zu tun, der gestern ein bisschen eskaliert ist. Andererseits war es keine Überraschung, dass der früher oder später eskaliert, weil sich seit Wochen angedroht hat. Zweitens oder drittens, je nachdem, wie man den Punkt jetzt zählt, hatten wir einen beschissenen Monats-Close. Und das ist immer noch der Fakt, den wir seit gestern Nacht hatten. Der Monats-Close war einfach beschissen. Das habe ich gestern schon im Video gesagt. Das habe ich vorgestern schon gesagt. Sollte dieser nicht positiv sein und über 64.600 US-Dollar schließen, kann es sein, dass wir mit einem Rücksetzer zu rechnen oder zu rechnen ist, weil die Liquidität des letzten Monats einfach nur abgegrast wurde, wir tiefer geschlossen haben. Und das normalerweise immer noch so ein Indikator dafür ist. Dass es nochmal runtergehen könnte. Außerdem ist unser Trend, den wir hier gebildet haben, unsere Downtrend oder Bullenflagge, wie sie auch manche nennen, ist auch immer noch intakt. Das heißt, es gibt eigentlich seit letztem Monat keine bullischen News, außer dass wir eine Zinssenkung hatten von 0,5% und noch eine Zinssenkung möglicherweise von 0,5% erwarten. Das sind Fakten. Das hat jetzt nichts mit irgendwelchen alten Statistiken zu tun, an die sich Bitcoin sowieso nicht hält. Siehe September, der eigentlich hätte bearish sein sollen, der aber dann bullish sein ist. Siehe Oktober, der absolut bullish sein soll laut 99% aller YouTuber da draußen und momentan noch nicht. Das ist klar, wir haben noch 29 Tage. Trotzdem wäre ich mal ganz vorsichtig mit solchen Statistiken und vor allem mit solchen Aussagen, die seit Wochen hier fallen. War mir nun mal wichtig, auch mal das am Anfang zu sagen, weil es mich ein bisschen angekotzt hat, muss ich ehrlicherweise sagen. Beziehungsweise da guckst du einmal YouTube-Videos und zwei Tage später ist das alles schon wieder hinfällig, weil jeder schon wieder bearish ist. Also wisst ihr, das sind alle so Dinge, auf die ihr auch da draußen achten solltet, beziehungsweise eigene Meinungen ein bisschen bilden solltet. Aber gut, ist euer Ding, beziehungsweise was da draußen so abgeht. Ansonsten, ja, Bitcoin bei 61.400 US-Dollar. Ja, bevor wir starten, like da lassen, abo da lassen, telegramm, Gruppe joinen. Ihr kennt ja das Spielchen, ne? Ja, gestern war ja noch so der Plan, dass wir zumindest mal noch hier oben in Richtung 69.000 US-Dollar hochgehen. Dann sind wir leider nicht mehr, beziehungsweise nicht mal mehr, dieses Hoch hier oben abgeklatscht. Also das ist jetzt erst einmal vom Tisch. Wir hatten dann Daily Close genau an unserem Monats-Pivot. Das ist so eine fünktige Hoffnung, was wir momentan noch haben, dass dieser Pivot uns jetzt erst einmal noch zusammenhält. Beziehungsweise wir hier jetzt erstmal so einen kleinen Bounce nach oben hin nochmal kriegen. Mal schauen, wie hoch dieser ausfällt. Und dann müssen wir erstmal abwarten. Aber ich bleibe erstmal so dabei. Seitenlinie, ich würde jetzt sechs überstürzen. Jetzt nicht über überstürzen, in irgendwelche Trades reingehen. Nahost-Konflikt ist nicht zu unterschätzen. Wir wissen jetzt nicht, was da noch so abgeht, beziehungsweise wer sich da möglicherweise noch einmischt. Könnte wirklich ein Red Oktober werden. Warten wir es mal einfach mal ab. Einfach alles neutral betrachten. Ansonsten wäre der erste Step, um mal wieder in Anführungszeichen bullish zu werden, beziehungsweise um so einen kleinen Turnaround zu kriegen, wäre der erste Step in Richtung 64.300 US-Dollar, den wir uns holen könnten, weil hier oben das Golden Pocket liegt. Ansonsten, Ineffizienz haben wir noch hier oben bis ca. 65.000. Also das ist so diese kleine Hausnummer. Wir machen jetzt mal hier diese grüne Box weg. Die irritiert mich nämlich ein bisschen. Wir machen unsere neue grüne Box hier oben rein. Das ist so der nächste Punkt, den wir überwinden müssen, beziehungsweise aber auch eine mögliche Short-Möglichkeit. RSI sehr, sehr tief. Auf 4-Stunden-Basis, auf 1-Stunden-Basis mittlerweile ein bisschen erholt. Könnte aber auch hier noch dazu führen, Ihr seht es, wir hatten keine wirkliche bullish Divergence hier, dass es auf den kurzen Timeframes noch mal zu einem doppelten Boden führt, bevor wir dann eine kleine Erholung sehen. Ihr wisst auch, montags ist meistens immer Volls-Move-Monday. Das heißt, die Kurse könnten in die falsche Richtung geraten, bevor wir dann doch noch mal eine Erholung sehen. Also für mich trotzdem erst einmal Seitenlinie abwarten. Wer weiß, wie heute noch die traditionellen Börsen noch so ein bisschen reagieren, vor allem die europäischen, die noch nicht so wirklich reagiert haben, auch wenn es nach unten hinging, aber kommen wir auch gleich noch mal drauf zu sprechen. Ansonsten wäre das hier oben erst einmal so ein Short-Cluster. Sollte sich alles ein bisschen deeskalieren und wir sind hier unten, wäre es sogar eine Möglichkeit, sogar eine kleine Long-Position zu eröffnen. Ansonsten warte ich dann erst einmal, ehrlich gesagt, noch auf tiefere Kurse, die ich mir zum Beispiel bei 58.000 US-Dollar hier unten vorstellen könnte. Das war unser alter Pivot, ist aber auch ein signifikantes Level und wenn wir mal ganz kurz das übergeordnete Golden Pocket ziehen, das heißt von unserem Dip bei 52k bis zu unserem jetzigen Hoch, sehen wir auch, die 58k wäre dann so der nächste Ankerpunkt und unser nächstes Long-Szenario. Daran orientiere ich mich jetzt erst einmal, warten wir mal ab, was der Tag so bringt bei Bitcoin. Mehr gibt es ehrlich gesagt nicht zu sagen. Das sind momentan die Fakten. Wir brauchen jetzt auch nicht auf irgendwelche News oder sonstiges eingehen, hat sowieso keine Auswirkungen. Ihr wisst sowieso alle Bescheid. Ja, dann gehen wir rüber zu Ethereum. Gleiches Beispiel, leider nicht mehr die Short-Position abgeholt. Das ärgert mich ein bisschen, weil ich echt damit gerechnet habe, dass wir zumindest nochmal die Ineffizienzen holen. Aber gut, ist so. Abtrend wurde jetzt auch erst einmal gebrochen. Also auch hier hat die Barrage-Divergence das erste Mal gezogen zum Montag hin. Auch hier natürlich rasanter Abverkauf, muss man ehrlicherweise dazu sagen. Bedeutet natürlich das gleiche Spiel wie bei Bitcoin, dass das uns auch eine Ineffizienz hier oben geboten hat und auch ein Szenario geben könnte, dass wir nochmal hier in Richtung 2600 US-Dollar steigen, somit die Ineffizienz füllen, beziehungsweise das Golden Pocket und dann den nächsten Abverkauf sehen. Auch hier machen wir mal jetzt das Spielchen, insgesamt das Golden Pocket zu ziehen. Na, so. Ne, das doch wollte ich, ne wollte ich nicht. Ah, jetzt hat er mich das Fit-Level falsch gezogen. So, nochmal, also von unserem Tief zu unserem Hoch. Und da sehen wir, okay, nächster Ankerpunkt wäre dann hier unten diese 2370, 2360. Würde auch gut zu diesem Pump-Beginn hier unten ungefähr passen. Und trotzdem, Ethereum meiner Meinung nach, trotzdem momentan deutlich, deutlich schwerer zu traden, weil wir vor allem hier unten noch diese Wix haben. So. Und bevor wir jetzt weitermachen im Video, möchte ich euch nochmal Crypto-Nomi-Finance vorstellen. Sagt vielleicht schon einigen, was vor allem vielen Leuten, die mittlerweile im Staking-Bereich unterwegs sind. Und ich finde vor allem in einem Seitwärtsmarkt oder wie wir es jetzt die letzten Monate hatten bei Bitcoin, aber auch bei fallenden Altcoin-Kursen, schöpfen wir das Potenzial von vielen Coins gar nicht so wirklich aus. Deswegen habe ich mich auch in den letzten Monaten immer mehr mit Staking-Plattformen beschäftigt. Natürlich gibt es die Hauptbörsen, die euch Staking anbieten, wobei man da auch immer sagen sollte, habt nicht alles auf einer Börse. Und dann bin ich auf Crypto-Nomi-Finance aufmerksam geworden. Und gibt es seit 2019, ist auch schon sehr marktbekannt. Deswegen habe ich mich da auch mal angemeldet, wird auch von vielen beworben, wie man hier sieht. Ja, Trustpilot-Bewertungen sind auch relativ gut. Und ja, was ist Crypto-Nomi-Finance eigentlich? Es ist eine Handelsorganisation, ein Kryptokreditunternehmen und ein Risikofonds. Damit verdienen die im Endeffekt ihr Geld damit. Und ja, wie gesagt, seit 2019 im Markt. Und ich habe mir mal einen Account gemacht. Wichtig schon mal vorab zu wissen, ihr solltet niemals alles immer auf so einer Plattform drauf haben. Verteilt es ein bisschen, wenn ihr was übrig habt, dann tut es in Staking, wo ihr auch theoretisch flexibel handeln könnt. Also was ich hier zum Beispiel sehr, sehr gut finde, ihr könnt natürlich alles einzahlen. Wallet-mäßig gibt es hier alles, was ihr einzahlen könnt. Bitcoin, die großen. Vor allem auch mal sowas wie Meme-Coins. Baby-Doge, Doge-Coin sind ja auch viele von euch investiert. Oder Bones. Alles Mögliche wird hier geboten, was möglich ist, was ich sehr, sehr gut finde. Vor allem bei Börsen habt ihr immer nur manche Möglichkeiten, so 10, 15 Coins, die ihr staken könnt mit manchmal nur 1% oder weniger. Und was ich hier eben sehr, sehr gut finde, ist, dass hier natürlich euch alles geboten wird, was natürlich sehr, sehr cool ist. Andererseits natürlich auch die hohe APR bzw. API. Hier muss man aber auch dazu sagen, Profitsharing, also die Prozente, die euch hier dazugegeben werden, bei Bitcoin jetzt zum Beispiel, bei Flexibel, Fixed und Launchpool, müsst ihr immer noch durch zwei teilen. Also 50% gehen an Kryptonomy, 50% sind Euro. Also hier sprechen wir dann von ungefähr 12,36%. Trotzdem ist das sehr, sehr viel. Und ihr habt hier, wie gesagt, die Möglichkeit, flexibel zu machen. Kennt ihr auch bei vielen Börsen. Flexibel immer ein bisschen niedriger als Fixed. Wenn ich euch das mal ganz kurz zeigen könnte, hier könntet ihr zum Beispiel 153, also ich sage jetzt mal so grob 75%, ist schon sehr, sehr viel. Aber wie gesagt, es handelt sich ja auch um Risikofonds, um Handelsorganisationen, Kryptounternehmen. Dadurch können die das natürlich auch ein bisschen höher anbieten. Aber wie gesagt, hier ist es Fixed, hier ist es Flexibel. Und wir werden das jetzt mal ganz kurz austesten. Einerseits mit Tether. Ihr könnt dann hier über die Suchfunktion das auswählen. Tether, Deposit. Da machen wir jetzt hier einfach mal ganz kurz, ich mache jetzt mal 500, beziehungsweise kommen wir mal 1000 rein, gehen auf Continue, machen Deposit und haben dann hier eine APR von über 15%. So haben wir das Deposit gemacht. Mehr ist es gar nicht. Dann können wir das gleiche auch noch in Fixed machen. Und dafür habe ich mir jetzt einfach mal Hedara ausgesucht. Auch hier über die Suchfunktion Hedara eingeben. Dann wird euch das angezeigt. Hbar, auch hier hohe Deposit. Machen wir auch hier mal, was haben wir denn hier drin? Ihr könnt die unten da noch auswählen. Das ist auch ganz interessant. Einerseits Monthly Interest wird euch da angezeigt. Da werden euch aber auch natürlich geringere Raten angezeigt. Aber wenn ihr es zum Beispiel jetzt für 12 Monate lockt, 86%, 9 Monate 44% und immer so weiter. Also ihr habt hier wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und wir machen hier jetzt einfach mal, ja, machen wir mal 25.000 Hedara, die wir hier einfach reintun. Und das für 9, oh komm, wir machen einfach, nee, wir machen mal 9 Monate. Einfach mal, um euch das zu zeigen. Dann wird euch angezeigt, okay, das wird euch dann ausgezahlt. Ich habe damit zugestimmt und create. Mehr ist es gar nicht. Und was natürlich auch noch, wie gesagt, für viele interessant ist, wo ich mich jetzt persönlich noch nicht mit auseinandergesetzt habe, sind diese Launch Pools. Die kennt ihr auch von vielen Börsen. Neue Projekte, wo ihr hier mit rein investieren könnt, etc. Also da wird euch wirklich sehr, sehr viel geboten. Aber das ist halt auch der Vorteil bei so einer Plattform, die das halt auch, sage ich mal, geschäftlich so macht. Die bietet diese Launch Pools an, damit sich Krypto-Unternehmen hier, sage ich mal, schon mal vorfinanzieren können, beziehungsweise ihr hier staken könnt, etc. pp. Ist ganz cool. Also euch wird hier wirklich sehr, sehr viel geboten. Deswegen dachte ich mir, ich zeige euch das jetzt einfach mal wirklich hier alles und werde das auch weiterhin im Auge behalten, immer mal wieder Updates dazu geben. Die Links dazu packe ich euch natürlich alle unten in die Videobeschreibung wollt, wenn ihr euch da registrieren wollt. Und ja, ist für mich eine gute Alternative. Wie gesagt, immer nur das, was ihr bereit seid, auch zu verlieren. Krypto ist generell Risiko-Asset, muss man natürlich dazu sagen. Aber es kann sich lohnen, sage ich jetzt einfach mal auch hier bei CryptoNomi Finance. Wir machen weiter mit dem DAX. Auch hier, ich kann, das wiederholt sich jetzt alles ein bisschen, haben wir im Endeffekt das gleiche Szenario. Ich wollte hier ja gestern noch diesen Short, zumindest mal dieses höhere Hoch haben. Wir haben nicht mal die Ineffizienz gefüllt. Das war nämlich so gestern noch so meine kleine andere Idee, so bei 19.466 Punkten auch nicht geholt. Abverkauf und zwar wieder radikal. Müssen wir jetzt auch mal gucken, wie jetzt die Börsen öffnen, zumindest der DAX dann öffnet, ob wir hier vielleicht doch nochmal die Chance kriegen, mit einem kleinen Doppeltop oder auch hier wieder ein tieferes Hoch bilden, um dann weiter abzuverkaufen. Also der Markt ist mir gerade, ehrlich gesagt, muss ich das sagen, ein bisschen zu unschlüssig, weil er manche Szenarien nicht abgeholt hat beziehungsweise noch Ineffizienzen offen sind. Andererseits müssen wir gucken, wie die News sich weiterhin auswirken. Also ich bin momentan jetzt ganz ehrlich lieber ein bisschen Seitenlinie. Ich warte auf klare Signale, ich warte auf klare Impulse beziehungsweise auch, wir haben beim DAX nach unten so viele Lückenfüller, also so viele Gaps auf dem 4-Stunden-Timeframe, die alle noch geholt werden sollten. Und dass wir uns jetzt die Liquidität hier drüber nicht mehr holen, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Deswegen normalerweise Doppeltop und dann nächster Abverkauf in Richtung 18.500 Punkte wäre eigentlich so das Best-Case-Szenario meiner Meinung nach. Gold gestern, gleiches Beispiel, wir haben uns keinen Doppeltop geholt, was mich hier ehrlich gesagt wundert, weil Gold ja ein Risk of Asset ist. Also man nimmt Risiko aus dem Markt hinaus. Das Gold dann ein bisschen negativ jetzt morgens reagiert, wundert mich ehrlich gesagt ein bisschen. Beziehungsweise auch gestern. Eher damit gerechnet, dass wir dann nochmal einen ordentlichen Impuls nach oben sehen, weil es da drüben natürlich auch um Öl und Gas und was weiß ich, was da drüben alles geht. Müssen wir mal noch ein bisschen abwarten, aber das bleibt auch erstmal für mich so, dass wir hier oben erstmal die Short-Position weiter offen lassen. Die Short-Position dann hier oben öffnen sollten. Zweiter Entry, beziehungsweise sollte es ein bisschen doch früher bessere News geben, wäre dann hier oben die 2685 US-Dollar. So, jetzt, wir gucken nochmal ganz kurz auf die amerikanischen Börsen, die sich eigentlich relativ gut gehalten haben dafür. Also da sieht man mal wieder, wie unterschiedlich da die Märkte reagieren. Bitcoin ordentlich unter Druck. Man muss aber auch dazu sagen, scheiß Monats-Close. S&P 500 ordentlich, eigentlich bullisch alles. Also schauen wir mal, wie die US-Börsen werden wir die nächsten Tage auch mal ein bisschen mehr im Blickfang behalten. Und last but not least, Euro gegenüber US-Dollar. Leider unsere Position auch nicht abgeholt. Warum auch immer, warum der Dollar dann sofort wieder stärker ist, ist auch so ein Ding. Vor allem, weil sich der Dollar hätte, können wir das mal ganz kurz angucken, vielleicht kann ich euch das mal zeigen, der Dollar hier noch diese Tiefs holen hätte sollen eigentlich. Das wäre Best-Case-Szenario gewesen, wenn wir hier einfach nochmal runtergekommen wären. Deswegen bin ich auch auf diese 124 bis 127 scharf gewesen. Diese Tiefstände, diese Wicks hier unten, hätte sich der Chart nochmal holen sollen. Ansonsten seht ihr natürlich auch hier beim US-Dollar deutliche Erholung ins erste Mal. Ich hoffe, dass wir das, das wäre für den US-Dollar auf lange Sicht das Beste, wenn wir hier unten diese Box noch holen und dann von mir aus to the moon gehen und dann kann der Euro auch komplett abcraschen, meiner Meinung nach. Macht mehr Sinn. Warten wir mal ab. Wir lassen das hier oben mal drin, weil das Szenario schließe ich weiterhin noch nicht aus. Ansonsten habe ich viel gequatscht heute in dem Video. Wichtige Sachen, die jetzt nicht unbedingt auf heutige Trades auszulegen sind, ein bisschen mittelfristiger denken beziehungsweise vielleicht bis zum Ende der Woche denken, ein bisschen Panik aus dem Markt nehmen, wir haben morgen Feiertag, das kommt auch noch dazu, wer weiß, was da noch passiert. Also in Deutschland zumindest. Warten wir es einfach mal ab. Gerne mal eure Meinung dazu sagen. Sagt ihr immer noch, wir gehen auf 100.000 diesen Monat oder sagt ihr, nee, ihr hört auf mich und seid ein bisschen neutraler eingestellt. Manchmal kann ich mir solche Seitenhiebe nicht, ja, kann ich einfach nicht unterlassen. Sorry, es tut mir leid, weil ich finde diese Szene mittlerweile einfach nur noch peinlich. Aber gut. Ansonsten würde ich sagen, Like da lassen, Abo da lassen, Telegram, Go join, checkt, wenn ihr in der Börse sucht, BingX ab und ansonsten war es das von meiner Seite. Ich wünsche euch einen schönen, angenehmen Tag. Lasst es euch gut gehen. Später kommt noch ein kleines Altcoin-Update-Video. Ach ja, Altcoin-Update-Video kam gestern übrigens auch. Das erste Elrond beziehungsweise E-Gold beziehungsweise Multiverse X. Checkt es gerne ab auf dem Kanal und ansonsten würde ich sagen, wünsche euch einen schönen, angenehmen Tag. Lasst es euch gut gehen. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay cool.